Das war so der Punkt, wo dann Momente kommen, das habe ich nie im Leben erwartet. Ich glaube, jeder Fußballer hat irgendwelche Phasen von Depressionen. Wie hoch war da die Wahrscheinlichkeit, vielleicht auch abzudriften in vielleicht auch Kriminalität etc.? Wenn du so 13, 14, 15 bist, dann bekommst du natürlich einiges mit. Merkst du, das sind Drogen im Spiel, Kriminalität, Gewalt, Leute, die Drogen verkaufen, Drogen nehmen. Auch Profifußballer, wo du am Anfang gedacht hast, der wettet, der macht das nur so. Viel später habe ich gemerkt, dass der eine oder andere auch süchtig ist. Hans, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir sind ja heute quasi genau da, wir sind in Köln-Chorweiler, wo du aufgewachsen bist. Ja, ganz genau. Hier hat alles angefangen. Fußballerisch, aber auch menschlich groß geworden. Köln-Chorweiler, die Köln-Chorweiler kennen, ja, die wissen, dass hier ein bisschen, sagen wir mal, Ghetto, ich habe das immer genannt, New York von Köln. Hattest du ein bisschen diese Hochauswahl. Ja, ganz genau, deswegen. Aber sieht nicht so schön aus wie New York, aber ja, ganz genau. Mit wie vielen Jahren bist du hierher gekommen? Mit drei Jahren nach Köln. Okay. Von Ghana. Von Ghana. Erstmal sind wir nach Nippes, dann hier nach Chorweiler. Und dann, bis ich 20 war, war ich, glaube ich, hier. Wir hatten meine ganze Freunde, mit denen ich aufgewachsen bin. Man sieht einfach aus den Hochhäusern, das ist eine Vermutung, viele Kinder. Das bedeutet, davor konntest du viel spielen, Fußball zocken, aber auch andere Sachen, wie mit Mädels, Seilspringen, Versteckenspiel. Und das hat das hier ausgemacht. Das war sehr schön. Du hast ja gerade schon so erwähnt, das ist so ein bisschen Ghetto. Ich komme aus einem Dorf. Also ich bin ganz anders aufgewachsen. Wie ist das so, wenn man hier aufwächst? Ach ja, ich würde jetzt eben sagen, wenn man klein ist oder jung, dann bekommt man das ja nicht so mit. Man lebt, das Schöne ist, man hat Kinder, man spielt miteinander und man merkt nicht so, dass... Oder man zeigt Betonsiedlungen. Ich habe es immer gesagt, Arbeiter-Siedlungen. Korbele hat sich nochmal entwickelt. Ich glaube, hier in der Zeit, wo ich groß geworden bin, die meisten, die hier gearbeitet haben, die Eltern, die haben alle bei Fort gearbeitet. Oder mein Vater bei 4711. Und alle waren Arbeiter. Ja, aber eben nicht vom Geld her, der Halt ja hier oben, sondern Mittel oder auch weiter unten. Und das hast du gemerkt schon. Und hier waren natürlich, wir waren Multikulti, wenig Deutsche, aber sonst alle Nationen. Und das hat uns, glaube ich, auch geprägt. Und das Miteinander. Hier konntest du rausgehen und du kanntest jeden. Jeder hat dich so ein bisschen auch beschützt. Ich glaube, wie du gerade gesagt hast, wenn du so im jungen Alter bist, sage ich mal, so sechs, sieben Jahre, dann nimmst du das ja gar nicht wahr. Wie war das dann so, als du so älter wurdest, so 13, 14? Also wie hoch war da die Wahrscheinlichkeit, vielleicht auch, sage ich mal, abzudriften in vielleicht auch Kriminalität etc.? Wenn du so 13, 14, 15 bist, dann bekommst du natürlich einiges mit. Und dann merkst du, das sind Drogen ins Spiel, Kriminalität, Gewalt, Leute, die Drogen verkaufen, Drogen nehmen, Gangs, die Leute abziehen und so. Und du kennst die Leute natürlich, du wirst mit denen groß und weißt, was der eine oder andere macht. Aber ist ja ein Alltag einfach. Du nimmst das einfach so mit. Aber was glaubst du, war so der ausschlaggebende Punkt, dass du halt nicht dahin abgedriftet bist? War das wirklich der Fußball, weil du dich irgendwie damit beschäftigt hast? Ja, natürlich. Das war der Fußball. Fußball hat mich schon abgehalten, mit Leuten einen falschen Weg zu gehen, in Kriminalität oder Blödsinn zu machen. Einfach mit denen vielleicht auch abzuhängen. Gar nicht vielleicht das zu machen, aber einfach schon dabei zu sein. Ich glaube, das hat der Fußball geschafft, weil ich dann eben oft Training hatte. Und unterwegs war, wochenende Spiel, dann nicht in Feiern gegangen bin, nicht in Diskotheken gegangen bin. Oder in der Woche eben abends dann mit der Bahn nach Fortnil oder Viktoria Köln, wo ich gespielt habe, gefahren bin und dann abends erst wiedergekommen bin. Das hat mich schon davon abgehalten, viel Blödsinn zu machen. Ja, auf jeden Fall. Dann kommst du gar nicht in Versuchung. Man sieht es auf deinem Hoodie ja schon. Wir sind ja jetzt nicht ohne Grund heute zusammengekommen. Du bist ja das Gesicht bzw. Partner von GameStrike. Kannst du mal ganz kurz den Leuten erklären, was GameStrike, was es damit auf sich hat? Ja, ich bin jetzt seit einem Monat Markenbotschafter von GameStrike. Wir sind ein Unternehmen in Hamburg. Es geht darum, Menschen zu unterstützen, die bei Online-Wetten Gelder verloren haben. Online-Wetten geht ja viel auch in Sucht rein. Und die haben dann ihr Geld verloren. Aber nicht nur das Geld, auch ein Teil ihres Lebens. Und bei GameStrike ist das so, dass sie versuchen, dein Geld wieder zurückzuholen, weil diese ganzen Online-Anbieter damals oder diese Wettanbieter damals, diese Online-Anbietung, die hatten gar keine Lizenz dafür. In Deutschland, vielleicht glaube ich, das ist alles bis vor 2020 war eigentlich illegal, ne? So sieht es aus. Aber, das wusste ja keiner, wurde angeboten und die Leute haben eben gewettet. Und jetzt ist GameStrike gekommen und hat gesagt, okay, die Leute, die da viel Geld verloren haben, die können wir unterstützen, die müssen sich melden. Und dann wird GameStrike, die, ja, mit speziellen Anwälten verbinden, die dann darauf schauen und gucken, dass sie ihr Geld wiederbekommen, ohne dass sie selber erstmal Geld in die Hand nehmen müssen. Das macht alles GameStrike. Und bis jetzt haben sie auch, ich glaube, da geht es ja gerade um Milliardenhöhen. Das geht ja, glaube ich, das, was ich gelesen habe, für alle Leute, die quasi vor dem Jahr 2020 irgendwie in Online-Wetten, in Online-Sport-Wetten Geld verloren haben, die können quasi ihr Geld zurückbekommen. Und wenn man mal überlegt, wie lange gibt es denn schon die ganzen Wettanbieter, Typico, Bwin? Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Sache. Es kommt natürlich immer darauf an, wie viele Betroffene auch dann kommen und sich melden und dann sagen, okay, ich bin Betroffener, ich habe mein Geld verloren, ich will versuchen, dass ich mein Geld wiederbekomme. Und wenn da sich die Leute wirklich melden, da geht es um richtig, richtig viel Geld. Ich weiß, ich glaube, es wird eine riesengroße Sache. Jetzt ist das so am Kommen erstmal. Deswegen berichten wir darüber auch, dass Leute sich einfach melden sollen, die ihr Geld verloren haben, die natürlich auch dadurch einen Teil ihres Lebens auch verloren haben. Und die versuchen wieder zu unterstützen, dass sie ihr Geld wieder gewinnen. Aber dafür müssen sie sich natürlich auch melden. Und es sieht aber eigentlich sehr gut auch für die, die ihr Geld, die Gelder verloren haben. Das Gameside hat, glaube ich, jetzt schon 500 Fälle auch positiv bestritten. Das heißt, dass 500 Leute auf jeden Fall ihr Geld schon wieder zurückbekommen haben, was sie verloren haben. Absolut. Und es melden sich immer tagtäglich, glaube ich, 100 Leute oder so. Krass. Und wenn du die Zahl hörst, jeden Tag 100 Leute, 100 Leute melden sich, dann weißt du, wo es am Ende hingeht. Wie du schon sagst, da geht es um Millionen, Milliarden. Aber am Ende des Tages geht es um den Menschen, den Menschen, denen wir versuchen zu helfen. Weil, wenn du irgendwas machst, was nicht legal war, musst du dafür halt auch zur Rechenschaft gehen. Absolut, ganz genau. Und deswegen unterstütze ich Gameside. Ja, deswegen, wenn auch ihr betroffen seid, schaut gerne in die Videobeschreibung. Da ist auf jeden Fall ein Link zu Gameside. Inwieweit hast du in deiner aktiven Karriere-Erfahrung mit Sportwetten gemacht im Fußball? Oder mit allgemein, es gab ja damals 2005 den Fall Robert Heuzer. Das war ja für die jüngeren Zuschauer unter euch, das war damals ein Schiedsrichter, der Spiele manipuliert hat. Und zugunsten der Wettmafia. 2006, ich glaube, WM, hast du ja auch für Ghana gespielt. Ich glaube, im Achtelfinale gegen Brasilien kamen dann auch Jahre später auf, dass die WM 2006 in Deutschland ja auch mit so einem Wettskandal in Verbindung stand. Ja, damals war ich ja noch aktiv als Spieler. Und so auch hier in Korbeilach. Du hast schon gemerkt, dass viele Leute auf Fußballspiele Gelder setzen, auch große Summen. Aber ich persönlich war nie jemand, der so dieses Bedürfnis hatte, mein Geld irgendwo einzusetzen und dann zu hoffen, dass irgendjemand anders vielleicht gewinnt, um dann mehr zu bekommen. Deswegen habe ich mich damals auch nie so wirklich damit beschäftigt. Ich habe immer gesehen, die Leute machen das, auch Profifußballer. Sind Einzelne, wo du am Anfang gedacht hast, der wettet, der macht das nur so. Und du beschäftigst dich ja nicht damit. Du hörst nur in der Kabine, wo du gesagt hast, ich habe gewettet, ich habe das und das gemacht. Und dann viel später, als ich auch ein bisschen reifer wurde, habe ich gemerkt, dass der eine oder andere auch süchtig ist. So, dass er diesen Kick einfach braucht, Geld zu setzen und zu gucken, was passiert jetzt. Oh, in der letzten Stunde hat er das Tor gemacht, er hat es nicht dazu gemacht, ich habe mein Geld gewonnen. Und dass das echt extrem ist, wie viele Leute auch im Profifußbereich Gelder verlieren. Und dann kam ja erst auch der Bereich, okay, Spieler dürfen nicht wetten. Das kam dann viel, viel später. Absolut, ganz genau. In meiner Zeit hat sich keiner damit beschäftigt. Das kam viel, viel später, dass Spieler sich nicht mehr damit wetten dürfen, weil sie dann natürlich vielleicht auch auf ihr eigenes Spiel setzen können. Das ist der Elfmeter, du kannst jetzt eine gute Karte oder so. Du kannst ja auch ganz genau, du kannst auch noch viel mehr wetten, als nur die Ergebnisse. Es gibt ja auch noch Live-Wetten, wo du sagst, du hast die erste Ecke, der erste Einwurf. Und dann, wenn du selber spielst, kannst du das ja natürlich auch beeinflussen. Und da habe ich schon in einem oder anderen gesehen, dass er schon auch in die Situation gegangen ist. Und ich glaube, dass das das Problem ist, wenn du alkoholsüchtig bist, dann sehen die Leute das. Und dann sagen die, okay, du musst eine Therapie machen und so. Und bei Spielsucht, das sieht man nicht. Und keiner fühlt sich betroffen, denen zu helfen. Und ich glaube, das ist so, was die Gesellschaft einfach mitbekommen muss. Dass sie sagen, ey, wir müssen denen, die unterstützen, denen helfen, dass sie da rauskommen und auch gar nicht da reinkommen. Man sieht nur den Fußball immer. Fußball ist schön und alles, was dahinter ist, vergisst man. Und da ist Gamesweit auch nochmal ganz wichtig, dass sie das nochmal durch diese ganze Welle, wird dann natürlich eine große Aufmerksamkeit auch drauf kommen. Hans, wir sind angekommen an meiner alten Wirkungsstätte und an deiner alten Wirkungsstätte. Wir sind hier bei Fort Neal. Hier hast du in der Jugend, wir haben gerade schon mal gequatscht, hast in der Jugend fünf Jahre gespielt? Ja, genau, hier in der Jugend gespielt. Aber das war so E-, D- und C-Jugend. Also die Anfänge, so die Basics habe ich hier gelernt. Es ist eine schöne Erinnerung, immer wieder hier hinzukommen und das zu sehen. Aber damals sah es noch ein bisschen anders aus. Hier ist mittlerweile eine geile Anlage, ne? Also zwei Kunstrasenplätze, irgendwie alles neu gemacht. Du hast gerade gesagt, damals war ja alles noch Asche. Ja, aber es war alles noch Asche. Alles Asche, dreckig. Nach dem Training, wenn es geregnet hat, hast du eine schwere Tasche gehabt, weil du eine ganze Asche in der Tasche hattest und so. Aber jetzt, wenn du siehst, Kinder, ne? Jugendchen, Hagen, ne? Sieht richtig geil aus als zwei Kunstrasenplätze. Hast du einen kleinen Zockerplatz da noch mit kleinen Toren und so. Für jeden Fußballer, jetzt blüht das Herz. Mein Herz blutet jetzt gleich, weil, ich habe gerade schon gesagt, ich habe mich vor zwei Jahren hier in der Squatztbank gerissen und ich war seitdem nicht einmal auf dem Platz. Echt? Nee. Auf gar keinem Platz, auf dem Orde, diesen Platz. Nicht auf dem Platz hier. Also schon. Warum? Es ist schon so vom Kopf her irgendwie. Boah, ich glaube, bei mir war damals, hattest du Verletzungen in deiner Karriere, irgendwie große? Nee, ich hatte zwei Operationen, innen, außen, Meniskus und Knorpelschern. Wie war es für dich? Also für mich ist jetzt halt so der Punkt gewesen, als ich das hatte nach der OP. So ist alles wieder gut. Ich mache ja auch Sport, gehe viel laufen und so. Aber vom Kopf her, auch wenn ich jetzt so hobbymäßig Fußball spiele, es ist anders. Ich gehe anders in die Zweikämpfe. Ich bin viel vorsichtiger und ich bin nicht mehr so frei. War es bei dir damals auch so? Boah, ich glaube am Anfang, ja. Ich glaube bei mir war es so, wenn du das erste Mal besonders am Knie dich verletzt, Knie ist das Schlimmste, was es gibt. Das muss man sagen, echt. Knie ist das Schlimmste, was es gibt. Und dieses Zurückarbeiten, in der Reha dich wieder so ganz von Anfang so normale Stabby-Übungen zu machen, wo dein Knie dann am Zittern ist und so. Und dann irgendwann sagen die so, ey, das geht wieder von der Muskulatur und du dann anfängst so das erste Mal wieder zu laufen, dann hast du schon Panik. Du hast einfach Angst, dass das wieder passiert. Und dann ist das am Anfang so, okay, den Zweikampf, okay, gehe ich da hin, gehe ich nicht da hin, dann gehst du ein bisschen weg, du schonst dich so in der Richtung. Du vertraustest auch nicht mehr auf dein Knie so 100%. Sehr gerne, aber danach irgendwann musst du ja, und besonders im Profibereich, dann musst du ja wieder den Punkt erwischen, wo du sagst, ey, ich muss dazwischen gehen, ich muss da reinhauen. Und dann ist es, glaube ich, meistens so, in dem Moment, wo du nicht dran denkst und dann gehst du da hin und dann denkst du so, ey, hält alles super, dann bist du drüber hinweg und dann geht es eigentlich weiter. Und dann gibt es, glaube ich, nur Momente, wo du manchmal dein Knie, es gibt ja so 50-50-Bälle, wo du dann vielleicht hingrätschen musst und dann, du weißt ganz genau, dein Knie wird so überdehnt und da hast du dann ein bisschen noch mal manchmal Angst. Dann gehst du nicht mehr hin, wie du schon gesagt hast, wie ganz, ganz am Anfang, wo du noch nie verletzt warst. Damals bist du dann einfach so blind voll reingegangen und jetzt machst du so, dann weißt du die Situation, was passieren kann und dann bremst du vielleicht ein bisschen ab. Ja, ich glaube, jeder Fußballer da draußen kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Aber hier, wir sind jetzt in Niel, die erste Mannschaft, die du spielst, in der Zierksliga, du hast ja gar nicht den klassischen Weg von einem heutigen Profifußballer durchlaufen. Du hast nie in der NLZ richtig gespielt. Du bist, glaube ich, dein erstes Bundesligaspiel warm, als du 25 warst, als du damals zu Wolfsburg gewechselt bist. Wie kam quasi so der Schritt, sage ich mal, hier von Fort Neal in den Profifußball? Boah, langer Weg, ne? Ich habe, wie ich gesagt habe, Fort Neal war ja noch echt EDC-Jugend. Dann ist man immer noch jung, ist man 12, 13 und von hier bin ich dann, bei mir ging es immer so, der nächste Step, der nächste Step, der nächste Step. Das war nicht so wie heute, ich bin in der NLZ, wie beim FC oder Leverkusen ganz durch und dann ist irgendwann der Weg irgendwie vorbereitet, okay, du wirst Profi. Das war eher so, dann bin ich zu Viktoria Köln, wieder der nächste Step, so ein bisschen unter FC, unter Leverkusen, haben die in der Liga bekämpft und dann kommst du irgendwann Jugend vorbei, musst du in den Herrenbereich. Und damals war es ja nur so, gab es erste Bundesliga, zweite Bundesliga. Und Regulareliga? Nee, nee, gar nicht, dann Oberliga. Oh, okay. Oberliga gab es da, Oberliga war die höchste Amateurklasse, die es gab und das war auch nicht professionell, da hast du dreimal in der Woche trainiert oder viermal in der Woche und dann am Wochenende gespielt. Hat man da schon Geld verdient in der Oberliga? Da hast du schon Geld bekommen, aber das war dann ein bisschen an der Steuer vorbei. So, Handeln. So, Dreck in die Tasche rein, so, da hast du schon ordentlich verdient in dem Bereich und da habe ich dann eigentlich einige Stationen durchgemacht, mit Frieder Mühlheim, dann in Rheinbach, dann Siegburg und dann bin ich irgendwann zu Fortuna Köln, zweite Mannschaft gewechselt, weil ich dann gesagt habe, wenn ich irgendwann Profi werden will, dann schaffst du es nur, indem ich von einer zweiten Mannschaft in die erste Mannschaft, die schon in der Bundesliga sind, weil, du kennst ja selber als Spieler, wenn du irgendwo spielst, musst du ja so extrem auffallen, damit überhaupt das über die Region, wo du spielst, damit die darüber erzählen und deswegen habe ich gesagt, zweite Mannschaft und dann in die erste Mannschaft und deswegen zur Fortuna Köln und dann hatte ich, ich würde sagen, das Glück, dass es so schnell ging. Ich bin dann dahin gewechselt und nach sechs Monaten habe ich mein erstes, zweitligaspiel gemacht. War das, nochmal zurück auf den Punkt hier oder auf deine Jugendlaufbahn, war das bei dir schon immer so in jeder Jugend, dass du der Beste warst, also dass du rausgestochen bist, weil du warst damals, ich habe mir den Podcast vorher von dir angehört, da hast du immer erzählt, die haben immer gesagt, das ist der Kleine, der Dünne, aber bist du trotzdem dann irgendwie aufgefallen oder hat man das vielleicht damals, gab es vielleicht besser noch bei deinen Mannschaften als du? Ja, ich würde sagen, es gab immer bessere als mich. Was heißt besser? Aber ich war in der Mannschaft schon ein sehr guter, aber ich würde sagen, die hätte nicht gesagt, ey, der wird Profi. Weil, wie ich gesagt habe, ich war immer der Kleinste, der Dünnste. Wenn ich geschossen habe, habe ich den Ball nicht hochgekriegt, weil ich nicht so die Muskulatur hatte wie die anderen und so, aber ich habe trotzdem gespielt, ich war sehr wichtig für die Mannschaft und so, deswegen würde ich sagen, er hätte nie jemand gesagt, ey, der wird auf jeden Fall vielleicht Profi. So, und es gab es andere Spieler, die schon auf ein Level waren, wo du gesagt hast, ey, der wird bestimmt, der wird 100% Profi. Da war ich gar nicht so vorne dabei. Aber ich glaube, es hat sich einfach entwickelt, dass ich, ich musste mich immer durchkämpfen. Ich bin von der B-Jugend in die A-Jugend gewechselt. Da war ich immer noch schmächtig. Die waren alle so groß. Und dann hat jeder gesagt, schafft er das in der A-Jugend? Boah, vielleicht muss der vielleicht wieder den Verein wechseln, weil der zu klein ist. Und ich habe es dann trotzdem geschafft. Ich habe trotzdem, bin Stammspieler geworden. Am Anfang auf der Bank gewesen, habe mich dann wieder reingekämpft. Und ich glaube, das hat mir, das hat mir geholfen für meinen Weg einfach, dass ich wusste, ich musste immer kämpfen, ich musste Gas geben. Und das hat mich auch in meinem Profibereich immer auch so ausgezeichnet, dass ich gesagt habe, ey, ich muss mehr geben als die anderen. Und deswegen glaube ich, das hat mir vom Kopf eher auch geholfen. Viele denken, wenn du Profi wirst, dann zählt einfach nur das Spielen. Ja, das zählt, aber du musst die Leistung ja auch abrufen können, jedes Mal in bestimmten Momenten. Und das hat sehr viel mit dem Kopf zu tun. Und deswegen sage ich, es gab viele, die gut waren, die aber das dann kopfmäßig nicht dann hingekriegt haben. Wurde vielleicht ja auch, wir haben es ja anfangs schon erwähnt, vielleicht halt auch die Zeit, wie du aufgewachsen bist, dass du vom Kleinen auf das einfach schon lernen musst, es dich irgendwie durchzubeißen. Ja, ja, absolut. Vielleicht auch so dieser Kämpfer einfach zu sein, wie du vorhin gesagt hast. Auf der Straße ist es nicht so, dass du weißt, ey, das sind deine Teammates, du kannst darauf vertrauen, du bist immer auf dich alleine gestellt. Und vielleicht, ich glaube immer so daran, dass alles aus dem Grund passiert. Und vielleicht war das so, dass du das so früh lernen musstest, hat dir vielleicht dann später in deiner Karriere super krass geholfen. Ja, dass du das ansprichst, ist für dich auch gut. Auf jeden Fall. Und ich glaube, dieses Abschalten, was ich dir erzählt habe, du bist in Korweiler und bist mit deinen Jungs, bist mit den Gangs, bist Dings und dann aber umswitchen von, ich habe jetzt ein Spiel und der Fokus ist jetzt nur das Spiel. Ich bin hier und ich bringe jetzt meine Leistung. Das hat mir super viel geholfen. Weil wenn du auf dem Platz bist, im Stadion, 60.000, dieses Ausblenden, das sagen, ey, ich muss fokussiert sein nur für dieses Spiel, das war, das war, das konnte ich, das konnte ich so. Oder ich habe nicht gespielt und jetzt kriegst du deine Chance und jetzt musst du abliefern. Das war so bei mir, was ich zu 100% konnte, was so mein Plus war, das wo der Trainer sich immer auf mich verlassen konnte. Er fährt die Bahn, ne? Ja. Mit der Bahn bin ich immer hingekommen. Ich auch. Und dann sind wir hier, da haben wir durch den Zaun hier, und ich lachte, ich bin einmal zu spät zum Training gekommen und dann haben wir da nicht mehr gedenkt. Da habe ich gesehen, da ist ein Loch im Zaun und dann mit Taschenstil durchgegangen, weil da wusste, ich konnte das aus rumlaufen. Das Loch im Zaun gibt es immer noch. Echt? Dann war das auf jeden Fall immer noch da. Das war ja, wir sind nie alleine gegangen, weil du bist ja mit mehr Leuten da durchgegangen, weil du warst ja ein bisschen Swimkin. Hier müsste auch irgendwo noch ein Oberteil, so ein Nike-Oberteil von mir liegen. Ich habe das einmal beim Training auf die Bank getan, weil ich habe das nie wieder gefunden. Glaubst du, wir haben das hier gelassen? Ja, irgendwo. Du kommst nach zwei Jahren wieder und holst das an. Stell dir mal vor, es wird das hier liegen. Aber wie kamen dann damals der Sprung von Fortuna Köln, zweite Mannschaft, in die erste Mannschaft von Fortuna Köln? Fortuna Köln, zweite Mannschaft, war jetzt nicht so gut. Die waren in der Landessiga und ich habe eigentlich immer die erste Mannschaft. Die erste Mannschaft war in der zweiten Bundesliga. Okay. Und ich bin dann praktisch von der Oberliga-Mannschaft in die Landessiga-Mannschaft zwei Klassen runtergewechselt, wo alle geht raus, einfach zu sehen, vielleicht irgendwie den Weg in die Zweitliga-Mannschaft. Ganz genau. Und alle haben gesagt, warum machst du das? Du spielst das Überleg, warum gewöxelt? Da ist einfach meine Chance, gib mir zwei Jahre selber die Zeit. Wenn es klappt, klappt. Wenn nicht, habe ich nichts verloren. Dann bin ich immer noch, ich war ja jung, 22, dann wechsle ich wieder in die Oberliga. Das ist jetzt nicht das Ding. und das war schon die Bedingung, dass ich oben mittrainieren darf. Aber so eine Bedingung kannst du ja nicht stellen. Die sagen zwar ja, aber... Leistung bringst du, dann machst du das, aber wenn du jetzt spielst, irgendwie, wie ganz genau, dann wirst du da nicht mittrainieren. Und das war dann so, dass ich war ja nicht, ich war nicht der Einzige. Da kamen welche von bei Leverkusen, A-Jugend, die waren auch bei der zweiten Mannschaft, die hatten auch das Verständnis, okay, ich gehe in die zweite Mannschaft, dann kann ich in der ersten Bedingung mittrainieren. Und da waren wir mehrere Spieler, wo wir dann mal mittrainieren durften, durften den Leistungstest mitmachen, wo wir den Sprintest machen mussten und dann aber auch hier, wie ist ja nicht der Cooper-Test, sondern Lactat-Test. Den habe ich immer geliebt. Den hast du mit Felix zusammen gemacht, ne, vor kurzem, bei Rot-Weiß-Essen-Sandro, oder habt ihr den gedreht? Lactat-Test. Lactat-Test, den habe ich immer geliebt. Bis wie viel kam, habe es so gekommen beim Laufen, weißt du das? Ich muss sagen, ich war beim Lactat-Test, im Nachhinein, da waren die ganze Profimannschaft und fünf Amateurspieler, ich war der Schlechteste, ich hatte den Schlechtesten Wert ever gehabt. Aber, wir haben einen Sprintest gemacht und da war ich der Beste. Was mich jetzt aber interessiert, hast du ja gerade gesagt, warst du dann bei Fortuna Köln in der zweiten Mannschaft und dann bist du irgendwann, hatte ich da Trainer, das war damals, war das Toni Schumacher, genau. Hat der Trainer Toni Schumacher dich dann damals hochgezogen? Ne, aber es war so, ich war damals noch auch in der Ausbildung, habe Anlagen wahrscheinlich gemacht und habe nicht so die Zeit und irgendwann, ich habe ja dann ab und zu da mittrainiert und dann hatte ich mal drei Wochen Pause von der Arbeit, Ferien, musste nicht. Also du hast wirklich eine Ausbildung? Genau. Also wirklich eine Ausbildung und hatte frei und dann bin ich zum Training gegangen und habe Toni Schumacher gefragt, ich habe drei Wochen frei, darf ich mit trainieren, die drei Wochen? Und der so, ja klar, trainiere mit und dann habe ich drei Wochen mittrainiert und nach den drei Wochen hat er mich in den Kader mitgenommen. In die zweite Bundesliga? In die zweite Bundesliga, aber ich hatte das Glück, einer hat sich verletzt, eine rote Karte und dann war ich auch plötzlich im Kader, erstes, erstes Mal in Unterhachingen und dann war ich da so auf der Bank und saß dort, die Zuschauer so, so geguckt, die haben gesagt, wir müssen euch warm machen, ich bin warm machen gegangen, ich bin nicht reingekommen, aber war schon ein Erlebnis so und aus diesem Grund hat er mich dann in den Wintertrainings und er hat gesagt, wir wollen dich mal sehen, wie du, wenn du länger mit uns trainierst, wenn du die Wintervorbereitung mitmachst. Dann bin ich mitgeflogen in die Türkei, habe da ganz normal mitgemacht und dann sind wir wiedergekommen und als sie wiedergekommen hat er gesagt, sie wollen mir einen Brotvertrag geben. Krass. Und dann war ich so, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Soll ich das machen? Soll ich das nicht machen? Weil ich eben die Ausbildung noch hatte, hatte noch ein Jahr und aber dann habe ich mich entschieden, ja, den Vertrag zu unterschreiben. Konnte man damals von dem Geld schon leben? Also kannst du, ich weiß nicht, ob das möchtest, aber kannst du sagen, was du da verdient hast bei deinem ersten Profilvertrag? Damals war es ja noch D-Mark-Zeiten, mein erster Profilvertrag war 3000 D-Mark. Brutto. Brutto, ja, Brutto. Aber das ist ein gutes Gehalt. Ja, klar, aber draußen die Leute denken ja immer, du wirst Profi, ist egal wo, du bist jetzt, hast ausgesucht. Bist Millionär. Genau, genau. Und das war es nicht und deswegen waren auch die Überlegungen, 3000 D-Mark brutto, bricht doch jetzt einfach deine Ausbildung ab, weil du war, ich weiß, wusste ja nicht, wie geht der Weg weiter? Ja, natürlich. Spiele ich auch regelmäßig oder nicht? Wie funktioniert das? Schaffe ich das überhaupt? Bin ich leistungsmäßig schon soweit? Und dann haben sie gesagt, ja, ich muss es versuchen. Wenn ich das nicht mache, hätte ich mir, glaube ich, mein ganzes Leben Vorwürfe gemacht. Und so habe ich das unterschrieben und ab dem Zeitpunkt reich das unterschrieben habe, habe ich jedes Spiel gespielt. Und bist dann irgendwann von Fortuna Köln zu MSV Duesborg gewechselt? Genau. In Fortuna Köln sind wir leider abgestiegen. Wir sind leider abgestiegen, mein Glück. Weil mein Vertrag dann nicht mehr zählte für die dritte Liga, wo wir abgestiegen sind. So war ich ablösefrei und dann bin ich zum MSV Duesborg gewechselt. Die damals in der zweiten oder in der ersten Liga gespielt? Die sind von der ersten Liga in die zweite Liga abgestiegen, ganz genau. Und dann war ich auch wieder in der zweiten Liga, habe da einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben mit einer Ausstiegsklausel. Wenn ein Verein kommt, der mich rauskauft, dann kann ich gehen. Und dann nach einem Jahr ist der VfL Wolfsburg gekommen und hat mich da rausgekauft für eine Million D-Mark. Und dann bin ich zum VfL gewechselt und die waren dann in der ersten Bundesliga. Da war dann so das Ziel dann erreicht, erste Bundesliga zu spielen. und es war auch nochmal was anderes, weil groß geworden Köln, der VfL Wolfsburg spielt und dann VfL Wolfsburg war jetzt keine Großstadt. Ja, das ist anders. War ein bisschen alles kleiner und so, aber das war egal. Es ging darum, einfach den ersten Bundesliga zu spielen und dann bin ich da hingewechselt und habe da am Ende auch sechs Jahre gespielt. Und das war sehr schön. Wann war denn so der Punkt, wo du dir so dachtest, boah krass, ich war vor, keine Ahnung, fünf Jahren, habe ich nur meine Ausbildung als Anlagenmechaniker gemacht, jetzt stehe ich hier bei VfL Wolfsburg und spiele erste Bundesliga. Also kam irgendwann mal der Punkt, wo du wirklich gesagt hast, boah, jetzt habe ich es irgendwie realisiert? Ah, ich glaube, der Punkt war immer da, weil egal, auch wo ich schon zweite Bundesliga gespielt habe, Fortuna Köln, war schon der Punkt so, boah krass, ich spiele Bundesliga, ich spiele zweite Bundesliga vor Zuschauern, das was ich wollte. Schon wo ich zum MSV Duisburg gewechselt bin, war es für mich schon krass, weil MSV Duisburg, die haben damals erste Bundesliga gespielt, das war damals ein großer Verein. und die wollten wieder aufsteigen und ich spiele da so, deswegen, jeder Verein, wo ich hingewechselt bin, war für mich was Großes, war für mich immer eine Erinnerung wieder so, von wo ich herkomme und auch mit meinen Freunden, mit denen ich groß geworden bin, darüber zu, dann immer wieder nachzudenken, darüber zu reden, so ey, du spielst hier, du bist Bundesliga, denen ein Ticket zu besorgen für die Spiele und nach den Spielen zu treffen und Fans wollen Autogramme von dir, deswegen hat das nie so lange gedauert, das war jede Station eigentlich, hast du dich wieder daran erinnert, natürlich, aber ich glaube, desto länger das so läuft, desto Normalität wird das und dann denkst du nicht mehr so ein bisschen darüber, dann gibt es eher so Punkte so, ey krass, du spielst jetzt hier, das war so dann so ein Punkt, du spielst als Nationalmannschaft und gehst, hast du eine WM gespielt, 2.6, 2.10, und dann, das war so der Punkt so, wo dann Momente kommen, so, boah, das habe ich nie im Leben erwartet, so eine WM zu spielen, bei der WM dabei zu sein, 2006 gegen Italien zu spielen, gegen Uruguay zu spielen, gegen Brasilien zu spielen, das ist so ein Moment, wo du dann zu Hause bist und realisierst, so was du selber geschaffen hast, was du, wo du auch selber mit dir kritisch bist und denkst, ey, bist du wirklich so gut, dass du da spielst? Vor allem, wenn du das auch immer wieder in der Jugend hast, du bist zu klein, du bist zu schmächtig und ich will mir auch gar nicht vorstellen, also alleine für mich ist das jetzt schon surreal, wenn ich überlege, du hast hier gekickt, hast aber auch WM 2006 eine Weltmeisterschaft gespielt, so Mannschaft, die Brasilien oder sonst irgendwas. Ja, das ist, das ist, das ist echt komisch, was heißt komisch, das ist so, du spielst hier und danach bist du in ein großes Stadion, hast du gespielt, wo sich 80.000 Leute anfeuern, das ist, aber das sind, man setzt das ja so schnell nebeneinander, aber das sind ja, was die Leute wissen müssen, das sind Jahre dazwischen, das sind Jahre, da ist viel passiert, das ging nicht nur so, das ist, du hast Höhen, du hast Tiefen, du hast wieder Höhen, du musst Tiefen haben, damit es wieder hoch geht auch und so und das ist kein, ey, alles ist super und jetzt geht es hoch, so, weil man, man denkt das ja so, oder, Fortnil, Viktoria Köln, Fortuna Köln, FSV Duisburg, V5 Wolfsburg, aber wie viele Zweifel, wie viele Ängste, wie viele vielleicht auch Existenzängste oder so, boah, breche ich meine Ausbildung ab, was ist, wenn ich bei Fortuna nach einem Jahr, wenn die mich rauskicken oder sonst irgendwas, ich glaube, das sehen die meisten halt gar nicht. Absolut, dass, dass, diese Situation, auch wo ich verletzt war mit meinen Knie, das war so, für mich, einer der schwersten Momente, das Knie, du warst noch nie so verletzt und, und die haben gesagt, ey, nach sechs Wochen kannst du wieder spielen und nach sechs Wochen war mein Knie, er war immer noch dick, weil da der Knorpelschaden noch war, und, und du stehst jeden Morgen auf, das erste, was du machst, guckst nach deinem Knie, ist da Flüssigkeit drin, geht das noch? Und dann siehst du, ist Flüssigkeit drin, dann denkst du, ah, glaubst du, das funktioniert noch, geht das irgendwann mal weg? Und diese Zweifel, da bist du auch, auch wieder alleine mit dir, du musst alleine da durchgehen, du musst, du hast keinen, du hast natürlich vielleicht Freunde, Familie, die dich unterstützen, aber, wenn du, nicht selber schon mal am Knie, verletzt warst, dann verstehst du nicht, wie der andere sich gerade fühlt. Das Thema zum Beispiel mentale Gesundheit, ich glaube, das war früher, gab es keinen, der darüber geredet hat, mittlerweile kommen ja immer mehr Spieler, die irgendwie sagen, hey, ich hatte eine Phase, ich habe gestern erst von Richard Richalson, dem Brasilianischen Stürmer, einen Beitrag gelesen, dass er auch irgendwie vor ein paar Jahren mit Depressionen, mit richtig, richtig starken Depressionen zu kämpfen hatte. Hat man das in deiner Zeit als aktiven Profi, hast du es vielleicht selber auch erlebt, mal solche Phasen, gerade was Verletzungen angeht oder auch mit Mitspielern irgendwie? Ja, in meiner Phase hat man ja gar nicht über dieses Thema gesprochen, ne, Depressionen, ich glaube, die gab es 100%, aber es war eine andere Zeit und in der Zeit damals war es so, dass es immer hieß, ey, du musst da durch, du musst stark sein, du musst das anders bewältigen und so. Aber ich glaube, ich glaube, jeder, wenn ich jetzt nur im Fußball, Profifußball bin, ich glaube, jeder Fußballer hat irgendwelche Phasen von Depressionen, jeder, jeder, das ist, weil jeder hat seine Downs so und bei den anderen ist das länger, bei den anderen kürzer und ich glaube auch so jetzt bei mir mit, mit der Verletzung, da gab es eine Phase, wo ich wahrscheinlich Depressionen hatte, aber ich habe das nicht so wahrgenommen, man hat ja nicht, damals gab es das nicht, du, du kanntest das gar nicht, du hast es, du hast einfach dann gedacht, du bist einfach schwach gerade oder du musst da durch, du musst weiter kämpfen, dann kommst du da durch und so und ich glaube schon, dass das eine Art von Depression war und die aber damals nicht besprochen wurde und wir gar nicht so weit waren so und jetzt glaube ich, ist das ganz wichtig, auch ganz gut, dass man darüber redet, dass man darüber reden kann und auch sollte öffentlich besonders oder mit jemandem, sich jemand holt, professionelle Person, die, mit dem man sich austauscht, der einem zuhört, wo du überhaupt die Gedanken auch äußern kannst, so was, wie du dich gerade fühlst, so, weißt du, weil meine Verletzung, ich konnte das gar nicht äußern, ich habe das ja, ich habe das geäußert mit mir, mit meinen Gedanken, im Kopf alleine bin ich da durchgegangen, aber jetzt mit jemandem anders zu sprechen, der dann dir auch Feedback gibt und so, das ist glaube ich, heutzutage so, so wichtig, um auch die Leistungen wieder nochmal ein Stück weit explodieren zu lassen, den aus dem Loch rauszuholen, schneller wieder zu regenerieren, im Kopf auch und aber es ist glaube ich, wir sind in Deutschland trotzdem noch nicht so weit, dass wir so klar darüber reden, das ist immer noch so eine Nische, wo man hinter geschlossenen Türen da spricht und es doch nicht so, dass man das nicht so klar sieht, man immer noch denkt, dass wenn einer Depression hat, dass er schwach ist, dass er das nicht kann, dass er vielleicht sollte er dann aufhören mit dem, was er tut oder so, da sind wir noch nicht so offen für und ich glaube einfach auch, dass wir, ich glaube, dass jeder, egal ob er Fußball spielt oder auch einen anderen Job, so irgendwie einen Coach braucht. Und der Coach kann jemand professioneller sein, der Coach kann aber auch dein bester Kumpel sein. Ich glaube, das ist das, was allgemein nicht nur im Fußball, vor allem im Fußball, weil da dieser Druck herrscht, aber auch im privaten Leben, dass es glaube ich voll wichtig ist, dass man diesen Mut hat, wenn es dir nicht gut geht und die Phasen hat jeder und ich glaube, das gehört voll dazu, so wenn du Sonnenschein willst, musst du auch den Regen aushalten und dass man halt einfach diesen Mut hat, einfach zu reden und reden ist ja glaube ich dieser Key, dass man das nicht mit sich selber hier oben redet, sondern einfach auch vielleicht mal den, einfach jemand anders hat und einfach sich mal Feedback holt, wie du sagst. Austausch, ich glaube, das ist ja das Wichtige, wenn du Erfahrung weitergeben kannst, das ist das, das entsteht durch Reden, Kommunikation, miteinander reden und wie du schon gesagt hast, ob es professionell oder ein bester Freund ist, das ist das Wichtigste. Bei Wolfsburg warst du ja so die längste Zeit, hast du ja gesagt, sechs Jahre? Sechs Jahre Wolfsburg. Hast du ja da auch, ich habe vorhin mal so was Spaß geguckt, du hast zu spielen, du insgesamt mal zusammengespielt, hast du noch mit einem Stefan Effenberg einfach zusammengespielt, du hast mit einem Marcelinho zusammengespielt, war wahrscheinlich, das war ein verrückter, oder? Ein bisschen, oh, crazy, Marcelinho, überragender Spieler, aber außerhalb, oh, crazy, crazy. Ich habe immer nur so gehört, dass der ja irgendwie in Berlin immer komplett Party gemacht hat, von dem Club direkt zum Training und so. Ja, ich habe mit ihm in Wolfsburg gespielt und das Ding ist, der war nie alleine, der hat immer zwei Freunde dabei gehabt, so, die immer dabei waren, so, und der hat natürlich auch seine Familie gehabt und wenn er im Club gegangen ist, waren die Jungs auch immer dabei, die waren überall, überall, da waren immer irgendwelche fünf Leute um den herum und der, der, ja, der war Lebemann, der musste, der brauchte dieses, dieses Party, dieses Musik, ein bisschen verrückt sein und aber, wenn du, wenn du fünf Leute dabei hast, die du bezahlen musst die ganze Zeit, dass sie mit dir sind, dann weißt du Bescheid, dann bleibt dein Geld nicht so lange bei dir. Die nächste Station nach Wolfsburg bei dir war bei Leverkusen, da hast du auch mit Toni Kroos zusammen gespielt, ich habe gesehen, 15 Spiele habt ihr zusammen gemacht, wie war der damals, also ich würde sagen, wenn nicht sogar der erfolgreichste deutsche Fußballer, hat man das damals schon gemerkt, also ist der so rausgestochen bei Leverkusen? Der war ja jung, der ist damals von Bayern gekommen, weil er bei Bayern nicht so die Chance hatte, sollte zu Leverkusen kommen und Spielpraktik zu haben, hat am Anfang nicht so unbedingt gespielt, aber du hast schon gesehen, dass er seine, dass er Qualität hat, mit seinen 18 Jahren, und er schießen konnte, der gute Pässe, aber du hast nicht gesehen, dass er jetzt unbedingt zu Real Madrid wechseln würde und da eine Legende wird, das hast du glaube ich nicht gesehen, du hast schon gesehen, dass er echt richtig viel Qualität hat, aber dass er so eine Karriere macht, dass er so gut ist, dass er so viele Pokale gewinnt, wichtige Pokale, das war nicht abzusehen, das ist schon beeindruckend, das aber auch zu sehen, wie seine Karriere gelaufen ist und wie gut er einfach geworden ist. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, oder würdest du sagen, wenn du jetzt auf deine Karriere zurückblickst, dass Glück im Fußball dazu gehört? Ja, Glück geht auf 100% dazu. Oder der richtige Trainer? Von allem. Ich glaube, die Basic ist Talent. Das ist Dings. Du musst arbeiten, Gas geben, viel mehr machen, aber du brauchst, was heißt Glück? Glück ist nicht, dass du auf den Platz gehst und dann sagst, ey, der Ball geht in den Winkel, das ist Glück oder Dings. Glück ist, im richtigen Moment, an dem richtigen Ort zu sein, der Trainer, dein Spielart vielleicht auch mag, Glück ist, ich habe viel getan und jetzt kommt das Glück dazu, dass ich die Chance bekomme, jetzt zu spielen, mich zu zeigen, was ich kann. Das ist so das Glück. Viele sonst verwechseln viele Glück, sonst denken die, ja, ich muss einfach irgendwo nur sein und dann kommt Glück und dann spiele ich. so ist das nicht. Glück ist dann, richtiger Moment, dann auch die Chance zu haben, zu spielen, aber ich habe schon vorher dann viel getan, damit ich diese Chance dann aber auch habe. Das ist, glaube ich, so das Glück. Das ist so, wie ich erzählt habe, ich habe dann trainiert bei Fortuna Köln und dann hat eine rote Karte einer sich verletzt und dann habe ich das Glück gehabt, dann erst einmal im Kader zu sein, aber ich habe was dafür getan. Und das ist, das ist auf jeden Fall, glaube ich, gehört das dazu, dieses Quäntchen Glück zu haben in einem richtigen Moment, das zeigt dann, geht das ein bisschen nach da oder geht das ein bisschen nach da, brauche ich noch ein Schwenk, um wirklich dann da hinzukommen. Und Schalke war dann deine letzte Station. Ja. Da hast du deine Karriere 2012 beendet. Wenn du auf deine Karriere zurückblickst, ich habe es schon in unserem Gespräch ein paar Mal angeschnitten, was würdest du sagen, war der schönste Moment in deiner Fußballerlaufbahn? Ist es das, in der WM zu spielen? Ich habe in einem Podcast gehört, als du erzählt hattest, wie ihr euch gefreut habt, aus dem Bus raus zu gehen, bei der WM zu gehen. Ist eine so christliche Frage, weil du hast ja immer Momente in Vereinen, die dann auch sehr schön waren, ob das Fortuna Köln, Süßburg, Leverkusen war auch extrem, drei Jahre mit guten Leuten gearbeitet habe, das Drumherum war schön und dann, wie du es sagst, WM zweimal WM 2006, 2010, war sensationell, aber am Ende des Tages, wenn man das dann so sagen kann, ist WM, ja, aber das ist dann, ist ja, WM ist was Großes, ist dann ein Monat, WM, sagen ich, ich würde dann WM 2010 in Südafrika sagen, das Ganze wegen der Gemeinschaft, vom Team, von den Spielern, wie wir gefeiert haben, wir hatten auch Tiefen da so und mussten kämpfen, im Hotel und alles so, das war schon geil, aber am Ende des Tages ist, ich habe ein Titel gewonnen, zwei, ein Titel, aber das ist der DFB-Pokal mit Schalke und das ist ein Moment, sowas in der Hand zu haben und in die Höhe zu heben, das ist schon was, was außergewöhnlich ist und schon in Berlin zu sein, ist schon außergewöhnlich, ich war ja mit Leverkusen schon mal da und haben Finale verloren und die Stimmung dort ist, die ist anders, die ist anders, als wenn du gegen Hertha spielst dort und der DFB-Pokal-Finale, die zwei Lager sind so wirklich aufgeteilt und da ist, das ist irgendwie komplett andere Stimmung, dieses DFB-Pokal-Finale, das erste Mal, wo ich da war mit Leverkusen, habe ich gedacht, ja, das ist immer so, aber das zweite Mal, habe ich das wieder gespürt, es ist was anderes und diesmal haben wir dann auch noch gewonnen und wie ausgelassen und die Fans und wir auch gefeiert haben, wie Kinder und so ein Ding zu gewinnen und so in die Höhe und mit den Fans zu jubeln, das war schon was außergewöhnliches, ich glaube, das ist so der Moment, so den man als Fußballer ja auch so wohin strebt, irgendwas zu gewinnen, irgendwas in der Hand zu haben und ich habe das Glück gehabt, da mit Schalke das zu gewinnen und das erleben zu können. Hast du noch irgendwelche andere Projekte, was du gerade nebenbei machst? Hast du gezeigt. Vielleicht machen wir es so, Hans, vielleicht treffen wir uns nochmal und zeigen den Leuten auch, dass du den YouTube-Kanal, können wir da auch ganz kurz erwähnen, hast du mir vorhin so ein bisschen erzählt, gehst da beispielsweise in die JVA, spielst mit den Häftlingen Fußball, manche haben da auch einen Fußball-Background, die irgendwie mal in der Jugend ein bisschen höher gespielt haben, etc. Wird das, was erwähnt? Wie gesagt, ich versuche jetzt YouTube zu machen, habe dich gesehen und dann habe ich gesagt, du bist mein Vorbild, YouTube zu machen. Wie du gesagt hast, gehen die JVA, die Jungs und Mädels, die da sind, die haben was nicht Gutes gemacht, deswegen sitzen die da auch und denen, aber die haben meistens auch alle viel Fußball-Background und das den Leuten draußen zu zeigen, was sie da machen, wie gut sie sind, sind sie gut, weil du kennst das doch, es gibt immer diese Sportler, Fußballer, die sagen so, wenn ich nicht in diesem kleinen Verein gewesen wäre, dann wäre ich Profi geworden und dann ist es das, da gehe ich in die JVA und frag die und dann zeigen die mir, ich war früher so gut und dann gucke ich mir das an, ob die wirklich so gut sind und was für Blödsinn sie in ihrem Leben getan haben. Vielleicht kann ich dich dann mal einen Tag begleiten. Hans, vielen, vielen Dank, es hat super viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Schaut gerne bei Hans vorbei, schaut gerne auch bei GamesRite vorbei, Link dazu in der Videobeschreibung, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da, es fängt an zu regnen und wir machen jetzt, vielleicht essen wir oder wir machen Feierabend. Genau. Peace, peace. Ciao, ciao.